Sie ist in dieser Nacht aus der Strafvollzugsanstalt Dortmund ausgebrochen. Karl-Heinz Grabowski ist gewalttätig. Ich habe mich gesagt, dass ich nichts machen will. Ich will jetzt erstmal mein Leben genießen. Was mit dem Geld? Alles auf Holt. Ich komme morgen vorbei. Da holt die Kohle. Warum soll ich in unserer Firma einbrechen? Meine Hand fäscht die andere. Also was ist nun? Ja oder nein? Manchmal kannst du einen Willi auf den Sack gehen, weißt du das? Ich ziehe das Ding allein durch. Hey Schlucker, wir sind Kollegen. Hey, die haben mich bescheißen. Wir bescheißen leider andere. Die sind doch mit der Kohle schon längst um alle Berge. Ja, ist mir doch scheißegal. Habt sie doch nicht mehr alle. Alle Scheiße, Mann! Was gibt's denn im Blutbad? Entschuldigung, könnt ihr mal kurz unterbrechen? Grube, so kann ich nicht arbeiten. Ich meine, das ist der totale Abdörner. Ich meine, jetzt guck mal hier. Die Latte ist ja sofort unten. Ach was? Das geht ja bitte schon die ganzen Tage so. Und was kommt euch hierher? Ach, du Wetter. So, ist ja auch gut heute. Echte Gefühle. Bin ich da auch drauf? Nee.